Hörnbruch jetzt ist es los Na ja, aber ich hab's ja nur mit dem Boah, kaum die kleinen Reifen drauf, schon fährt er sich fest Hörnbruch jetzt Und jetzt geht's die Aufmerksamkeit. Na. Was liegt daran, dass ich 4K fülle? Muss man das einfach mal runterstellen. Musste man mit den Einstellungen probieren. Zum Beispiel, ich fülle nicht im 4K, weil die kann dann nur 30Fs. Das geht schon. Ich fülle wieder raus, aber jetzt habe ich wieder nach. Ich fülle mich an. Hey Daniel, dein Ausdruck ist locker. Nein, der hängt auch an des Baubachs. Was ist denn mit dir? Warum knackt eine immer noch so? Ich dachte, du hättest alles neu gemacht. Aber jetzt rufen wir den LTV an. Ich verscheide mit den kleinen Reifen. Das geht wahrscheinlich mega auf die Lager. Aber die Spurplatten müssen runter. Ja, dann ist es einfach zu heftig. Ich muss gleich mal die Wand holen. Ui, das kam mal gefährlich. Das ist doch von letztem Jahr. Ja. Was ist denn mit dem Ding? Ja. Aber die LTV haben das nicht mit dem Ding gemacht. Ja, also. Also. Aber die LTV haben das nicht mit dem Ding gemacht. Die. 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 Wenn wir das gesehen haben, wo das so Crack schon runtergeschrieben ist, ey, das ist das Betriebe, das kippt meinen Geist aus. Aber ich hab da dann auch schon gesagt und meinte, boah, das kommt schon. Jetzt liegen da ja wieder die Karabiner drin. Beide! Geh mal! Beide! Beide! Hey! Das war's für heute. Da rein? Ist aber hier noch ein Land. Für heute auch eher Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.